Hi Leute ich bin's AlexPlays und willkommen bei einem neuen Video und ja ich wollte jetzt nur bei diesem Video kurz sagen dass ich jetzt auf Twitch streame und der Link von Twitch ist natürlich in der Infobox und falls ihr immer meine Livestreams verfolgen wollt kommt auf Twitch ich streame fast jeden Tag und ja wäre nice wenn ihr halt mit dabei werdet. Auf YouTube wird nicht mehr gestreamt da kommen jetzt nur noch Videos ja das war's jetzt auch eigentlich und tschüss bis zum nächsten Mal